Heute geht es um unsere Codex Xtensive. Das ist eine 2K-Reaktionsharzfuge für hochbelastete Bereiche. Die Codex Xtensive wird überall dort eingesetzt, wo der Fliesenbelag höchste mechanische, aber auch chemische Belastungen standhalten muss, wie zum Beispiel gewerbliche Küchen, Brauereien oder fleischverarbeitende Betriebe. Die Xtensive gibt es in einem 5kg Gebinde in drei verschiedenen Farben und diese befindet sich in einem Doppelbotensystem. Das bedeutet, ich habe ein Gebinde, wo Harz und Herder gleich beinhaltet ist. Ganz wichtig, bevor es losgeht, achtet auf die geeignete Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuh und vor allem auch Langarm. Die Xtensive muss auf jeden Fall maschinell angerührt werden. Nach dem Anrühren ist es auch sehr wichtig, den Rand vom Eimer abkratzen und das Ganze umtopfen und nochmals gut durchrühren. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine sehr geschmeidige Konsistenz. Die Verarbeitungszeit beträgt 50 Minuten. Die Fugenbreite sind 2 bis 12 Millimeter möglich. Durch die hohe Standfestigkeit ist das Verfugen auch von breiten Fugen an der Wand kein Problem. Nach dem Einschmieren kleiner Tipp nochmal scharf abziehen. Beim Abwaschen habt ihr mehrere Möglichkeiten. An der Wand ein kleiner Tipp. Da könnt ihr mit einer Sprühflasche arbeiten. Übrigens ist da nur Wasser drin. Die Xtensive lässt sich mit einfachem kalten Wasser perfekt abwaschen. Und bei den rauen Fliesen, die wir hier verwenden, nehmen wir ein weißes Pad. Bei glatten Fliesen. Zum Beispiel an der Wand könnt ihr auch direkt mit einem Hydro Schwammbrett abwaschen. Wie ihr sehen könnt, lässt sich die Xtensive wahnsinnig gut abwaschen. Einfach anemulgieren und mit kaltem, klarem Wasser abwaschen. Nun haben wir vorgewaschen und zum Nachwaschen reicht ein normales Hydro Schwammbrett. Und wie ihr sehen könnt, bekommen wir eine wahnsinnig schöne, glatte, geschlossene Oberfläche. Ihr habt es gesehen, so schnell und einfach gehen Epoxidharzverfugungen heutzutage mit unserer Xtensive. Die Verarbeitungszeit beträgt 50 Minuten. Ihr könnt sofort abwaschen, könnt euch aber auch Zeit lassen. Die Begehbarkeit ist nach 12 Stunden gewährleistet. Belastbar ist sie bereits nach 24 Stunden. Und die chemische Belastbarkeit ist nach 5 Tagen erreicht. Am nächsten Tag solltet ihr die Fläche anschauen, befindet sich noch ein Reaktionsharzschleier auf der Fliese. Dann nehmt wieder einen Reaktionsharzschleierentferner und entfernt diesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Absolut! Ich bese gradual, eindetter das Wirkliche jetzt aber auch weiter an der Fl鬼 KS offenbar, weil das auf circulationsteifen، wird nicht bereit sein. Sam comfortable受stunden!